Tieflader zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Räder seitlich vom Ladekasten befinden. Dadurch ergeben sich zwei Vorteile. Einerseits ein tiefer Schwerpunkt und andererseits eine geringe Ladehöhe. Bei den Tiefladern bietet Pongratz drei unterschiedliche Serien an. Den Einstieg bildet die Serie LPA, im Grunde das perfekte Fahrzeug für Sie zu Hause. Beim Aufbau können Sie aus drei unterschiedlichen Varianten auswählen. Stahlblech mit einer Aluminium-Zinkligierung, Aluminium-Profil-Bordwände mit eloxierter Oberfläche oder Aufbauwände aus Holz. Die Fahrzeuge sind mit einer Länge von bis zu drei Metern erhältlich, einer Zuladung von 2200 Kilogramm und wahlweise als Einachs- oder Tandem.